und damit herzlich willkommen zurückkehrt zu minecraft a new life so sozusagen heute machen wir mal die bibliothek ein bisschen weiter muss ja auch mal geschehen so das heißt wir müssen aber noch eine menge holz ranholen erstmal machen wir den ton hier noch rein und da fast keine kohle mehr es ist doch belastend sollte kommen weil wir hier einfach dann ein bisschen holz haben wir noch holz ziegelchen platz haben wir da jetzt holz rein so ein bisschen hammer noch wo war man denn stehen geblieben genau wir müssen hier auch noch holz hin machen nein das war falsche holz wir brauchen das gute alte birkenholz das ist doch man ich brauche eichenholz was mache ich denn hier so jetzt passt das immer die tür her so gut wir haben angefangen die etage hier zu machen haben wir die mit großen blöcken gemacht ja mama so machen wir hier mal weiter wir brauchen mehr holz mehr holz und vor allem müssen wir hier dann auch noch ausleuchten und spawnen hier mobs habe ich gar keinen bock drauf so wie geht es euch eigentlich so schreibt mir in die kommentare wie es euch so geht es gab jetzt lange zeit kein video mehr ich weiß die motivation die alte motivation wer kennt sie nicht so wir machen dann hier weiter ich gucke jetzt mal dass jetzt wieder regelmäßig videos kommen ach ich streame momentan viel auf twitch so gut gehen wir mal schlafen wir haben jetzt zum glück hier ein bettchen da müssen wir nicht immer rüber laufen gut dann müssen wir jetzt noch ein bisschen holz anschaffen fichten eichen da haben wir noch was eichenholz da haben auch noch ein bisschen was das ist schon mal schön wird das brauche gerade nicht das brauche wir gebrauchen auch gerade nicht so machen wir das und das haben wir noch mal 61 so gut machen wir jetzt erstmal die zweite etage hier müsste man theoretisch dann auch noch fenster rein machen ich glaube das machen wir auch mal hier so ein vierer fenster a3 hoch dann wird jetzt hier oben auch ein bisschen heller so das heißt wir müssen dann wieder sand besorgen die gute alte sand hier machen auch noch jetzt geht es ja ganz ein bisschen flinke ob ich überlegt gerade ob ich vielleicht unten drunter dann so eine geheim so eine art geheimbibliothek macht wo dann wirklich nur die wertvollsten bücher und alles sind einfach so vielleicht mit geheimgang mit mit redstone oder so ich hoffe ich krieg das hin ich schon redstone das ist meistens wir haben wir denn hier mal vier gemacht hier mal 1 2 3 4 5 6 7 gehen wir mal hier eins nehmen und muss frei bleiben dann wir mal hier 1 2 3 4 5 6 7 so haben wir das gemacht 1 2 3 4 1 2 3 4 dann war mal da nehme ich auch noch ein fenster ein fenster ein fenster rein einfach damit sie ja heller in der bude wird das alles dunkel irgendwie einmal 1 2 3 4 ja das stimmt so haben wir denn überhaupt noch irgendwo glas theoretisch müsste ich denn hier auch noch ein fenster haben kommen noch mal hier schnell 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 1 2 3 zählt hier 1 2 jungen 1 2 3 4 ja das stimmt also ich hasse es um blöcke 10 ist immer scheiße mich sind guter klima wieder ein bisschen holz zusammen ist auch schön wir müssten theoretisch auch noch ein paar setzlinge pflanzen jetzt gucken haben wir noch irgendwo ein bisschen glas nicht müssen wir schon wieder sand besorgen so haben wir hier noch glas kein glas kein glas sein glas ja das problem ist aber dass wir keine kohle muss kurz in die mine flitzen und dort unten noch ein bisschen kohle holen geht ja relativ schnell ich glaube wir haben es immer hier am anfang irgendwo noch kohle und das sein war nicht hier irgendwo noch ein bisschen kohle auf der seite kohle bist du da nicht einmal rausgeholt so und hier ist auch keine kohle mehr da ist noch ein bisschen so eine kohle war hier noch die sind böse böse monster ich habe doch da unten ausgeleuchtet warum sparen denn hier was da haben wir noch kohle ich muss definitiv auf jeden fall mehr ausleuchten wo kommen denn die ganzen scheiß viecher her ich habe doch hier alles ausgeleuchtet ja beruhig dich mal du trägst zombie alter richtig nervig ist viel hola bis direkt aber die es sein wir lieber man welche höhe bin ich denn hier 21 gut da werde ich keine die jetzt finden es ist ja schlimm wo ist denn dieser scheiß zombie ist er unter mir oder ist er über mir da mal ein bisschen kohle so brauchen wir auch für den ton zu schmelzen müssen endlich mal die wege fertige machen wir holen die kohle jeden tag ich weiß nur wie geht es jetzt wo geht es jetzt hier wieder hoch neun ich habe mich verlaufen komm schon als ob ich mir jetzt in der kleinen kehl 4 verlaufen habe ich bin so ein noob ne hä wo geht es denn hier hoch irgendwo ist doch hier mein eingang da ist noch eisen hä wo ist denn jetzt hier ist der da hinten oder was nee hier geht es nur in die riesen schluck aber wo ist denn jetzt hier dieser blöde kacke eingang hier ist er auch nicht oder hässer mal bin ich gerade so lust wirklich ich bin bestimmt schon zehnmal vorbeigelaufen hier ist er doch oder ist er hier nie hier ist mein eingang alle noch mehr gold neues und lapis aber ich bin wirklich manchmal echt so verplant dann vorher wenn man die öfen wieder an dann brauchen wir sand haben wir noch eine schaufel ja perfekt dann noch eine schaufel auch das müssen wir hier echt anders machen das ist so nervig sind dauernd kopf an hauen so hier müsste irgendwo noch sand geben in der nähe die frage ist die wir brauchen wir schon einiges ne den sand den wir hier finden scheiß drauf so gibt es noch genug sand wie waren das 25 ja ich glaube das ist noch zu wenig ich glaube das sind das noch zu wenig hier ist auch noch kies ok ja ich weiß ich könnte den türtrick wieder machen aber drauf geschießen so viel brauchen wir jetzt auch nicht 33 kohle es passt erst mal dann schallern wir da ein paar rein sieben das ist voll schön machen wir da noch mal 9 43 und dann füllen wir gleich auf füllen wir das hier gleich auf und das füllen wir auf und machen dann ja gut einen brauche ich jetzt für sand so gut in der zeit können wir dann eigentlich noch ein bisschen holz holen so wer ist er denn was ist denn das ist ein krasser baum ich bin da gepflanzt wahrscheinlich ne mit der so ein riesenbaum die geht er jetzt alter da ist ja auch schon wieder so ein alter sind das riesenbäume richtige mutanten bäume gut dann muss ich mich muss ich mir noch eine neue axt machen oh man rennt nur hin und her wenn man sich immer irgendwie ein werkzeug machen muss schlimm so was eisen ich habe nicht mehr eisen nein kennt ihn huch geht mal her hier danke so das ist das die kisten kommen natürlich dann alle noch weg so wie viel haben wir denn 64 und 51 damit kommen wir dann schon mal ein Stückchen sieben glashammer damit kann man dann echt schon ein Stückchen weiter so schallen wir mal als erstes das glas hier rein so das war es schon das war es schon so dann machen wir hier weiter das dauert ewig bis ich da drüben bin ne und das dach vor allem boah das wird richtig krass aber vielleicht nehmen wir da ähm fichtenholz vielleicht sieht das eigentlich ganz gut aus mit fichtenholz müssen wir mal gucken ich werde es auf jeden fall nett mit ton machen weil da brauchen wir ja so unmenschlich viel ton dann das können wir niemals farmen so dann haben wir das hier auch schon mal und wir müssen auf jeden fall sollen wir hier dann auch noch fenster machen und dann mal vielleicht ab hier 1 2 3 4 5 6 7 und es wird schon wieder dunkel nervig sowas so und jetzt ertrink ich einen Schluck so dann können wir gleich auch ein anderes Glas mitnehmen normalerweise müsste müsste man halt zu viel Glas kriegen weil es eigentlich die ganze Nacht durchgebrannt hat wenn man jetzt wirklich die Nacht berechnet hier müssen wir dann wieder 4 hoch 2 3 und 4 und dann machen wir da auch noch ein schönes Fenster rein dann kriegen wir ja auch wieder ein bisschen Holz zurück das ist schön machen wir ja auch wieder ein bisschen machen wir das so und so dann nehmen wir das Holz nämlich für hier bevor wir hier gleich runter blumsen so hier 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 so dann haben wir das schon mal dann machen wir hier weiter so einen Boden zu verlegen dauert halt echt schon schon ewig vor allem weil du dann halt immer wieder neues Holz holen musst und dies und das eigentlich müsste man so vielleicht so 10 Stacks Holz besorgen dann müsste man halt immer loslaufen neues Holz besorgen wir haben halt in der Nähe auch schon fast alle Bäume hier abgefarmt das ist ja das Problem so aber so langsam wird so langsam wird mach mal das komm so ah ich freu mich schon auf die Bibliothek so na komm dann hier so schade dass man hier keine NPCs irgendwie oh hier ist auch ein bisschen dunkel so theoretisch müssten wir hier unten dann hier dann auch nochmal Fenster machen ne ist jetzt hier langsam echt ein bisschen dunkel warte mal ich glaube ich mach das mach dann von hier warte mal hier eins zwei drei vier fünf sieben eins zwei drei vier dann gibt es nämlich hier alles ähm ein Fenster so aber so viel Scheiße so viel Sand haben wir gar nicht geholt Mist naja gut müssen wir halt nochmal Sand fahren gehen was soll Sand ist ja das kleinste Problem 16 das das so geben wir mal mein Glas bitte so ist jetzt zwar weil das hier alles noch ein Weg ist wenn wir das hier alles erstmal irgendwann abgestallert haben ähm wird es auch echt hell da drin so jetzt müssen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen Sand und Holz suchen so pflanzen wir hier ein paar neue Bäumchen so weil wir brauchen wieder mehr Holz das jucht der alte Holz äh Erde so bauen wir uns hier hoch lebt denn der alte Holzmischel noch Holzmischel noch wie kommt man eigentlich auf sowas total ist eigentlich total das doofe Lied ne aber jeder hat es irgendwie komplett abgefeiert ich weiß auch nicht so es gibt wirklich Menschen die mit scheiße Geld gemacht haben ey das ist echt krass wow bis wir das ganze Holz hier ähm Entschuldigung bis wir das ganze Holz hier abgefarmt haben das ganze scheiß Baumaldecade der ist mir ja viel zu groß ey was soll denn das so Alter 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 was ist denn das für habe ich die nebeneinander gepflanzt oder wie eigentlich nicht ne oder ist einfach ein von sich aus so groß geworden so gut man kriegt zwar viel Holz raus aber diese Riesenbäume nerven halt irgendwie auch Mist jetzt werde ich fast runter geblumst aber hier hinten geht es dann weiter so 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 und das hier noch so einfach dass wir ihn zum Decan bringen also zum dass es sich auflöst der Sack au na gut wie viel haben wir denn jetzt 31 ja das passt erstmal am besten müsste man das halt echt sich ganz hoch bauen und dann von oben machen ja die Bibel könnte schon hübsch wählen so das war unser letzter Sand so was ist das denn hole ich gleich nochmal Sand oh alles klar der da unten hat auf jeden Fall Spaß ich weiß nicht ob wir die Höhlen irgendwann mal für irgendwas mit benutzen werden ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht ja wäre auf jeden Fall glaube ich nicht blöd so wir brauchen jetzt erstmal ne Menge Menge Sand so dann komm mal her hier hallo geben sie mir meinen Sand dankeschön den hab ich frisch gekauft da ist auch noch Kohle aber alter Wasser bauen ist echt so mies alter im Wasser abzuhören das ist so kacke man 43 oh die reichen locker dann können wir unten oben mit der Etage weitermachen so schallern wir hier noch ein bisschen Kohle dazu das 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 bitteschön dann nehmen wir das reichen wird das Holz was wir jetzt geholt haben eh nicht aber wir kommen schon mal einen großen Schritt weiter das ist ja auch was so gut wo haben wir denn das nächste äh hier dafür brauchen wir halt einfach zu viel ne weil das ist einfach gigantisch das Ding hier echt gigantisch ich werd mal auch gucken ähm vielleicht schon ein Hund da hin zu bekommen aber ich glaub das schaff ich nicht bräuchte ich jemand wie Olli der das machen könnte aber ich geb mein Bestes mal gucken und wenn dann wird's halt einfach ein normales da was soll der da jetzt einfach drauf geschissen so und dann hier und hier noch haben wir hier drinnen ja ein bisschen Licht weil weil da oben noch kein Dach drauf ist es könnte hier drinnen aber echt mega dunkel werden nach einer Zeit so machen wir das hier 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 ich hab aber echt die Vermutung dass sogar das hier ein bisschen zu klein sein wird so 25 haben wir noch na komm machen wir hier 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 so drei Stück haben wir noch machen wir die da hin und da hin gut dann würde ich sagen dann war's das für diese Folge vielen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal haut rein und tschö mit ö ö